Hallo Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms Evolved. Wir haben ganz viele Tintenfische hier. Ja, wie auch in den anderen Projekten möchte ich euch, wenn es geht, ein bisschen ermutigen, ein paar Kommentare zu schreiben, wie ihr es so findet, was ihr besser machen könntet oder wenn ihr Wünsche habt, dürft ihr die natürlich auch schreiben. Ich habe mal die Fischwein hier hingestellt und geangelt, aber davor habe ich vor allem gemeint, jetzt muss ich gerade mal fragen, äh, raten, nicht raten, überlegen, was ich gemacht habe. Ah ja, äh, eine Mine gefunden durch das Mining, durch das Strip-Mining, also nur in Stollen. Ähm, im Stollen hat es eine Monsterfalle, eine, äh, einen Zombie-Spawner. Also ja, die Monsterfalle kommt ja nicht dorthin, aber ich habe dann noch ein bisschen gesucht, vor allem mit der Eislandschaft und habe dann nochmals einen Zombie-Spawner gefunden. Das ist dann perfekt. Und, ähm, bin dann nochmals in die erste Monsterfalle gegangen und habe dort auch noch ein Vape-Punk gemacht, und dann wird wir die wieder finden. Ähm, ich habe hier auch noch magische Setzlingen und so, ähm, geformt. Und, genau, hier unten habe ich die Sachen, die ich gefunden habe beim Strip-Mining und Minen erkunden. 25 Diamanten, jetzt haben wir... Boah, 20, 20, 40, 54, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja, dort hinten habe ich jetzt die Bäume gepflanzt, also ich habe ja irgendwie drei oder vier dorthin gepflanzt und jetzt sind es irgendwie zehn geworden. Und, ähm, ich werde diese Kiste hier noch dort rüber tun und die Sachen, die ich brauchen könnte oder einfach nicht gehören in eine Fischkiste, die werde ich dann in eine andere Kiste tun. Und, ähm... Ja, hier haben wir noch ein paar Sachen, Ingwer, Rüben und so. Ich habe recht viel in der Umgebung, recht viel solche Teile wie hier, ähm, geerntet und immer wieder eins oder zwei gelassen, damit die nochmals sich verbreiten, also noch mehr werden und dann nochmal geerntet. Also werde ich es nochmal ernten, sozusagen. Ja, hier habe ich noch ein paar Blumen hingesetzt. Ah, hallo. Okay. Ja, da haben wir noch den schönen Baum. Aber wir haben keine Axt mehr. Zu viele Bäume gefällt habe ich. Hier ist ja noch Twilight Forest unten. Und, ähm, hier habe ich das Marmor reingemacht. Die Marmorkäste ist die da. Nein. Ich weiß gar nicht, welche das ist. Die da. Ja. Okay. Habe auch noch durch recht viel noch gesammelt. So, Lille. Machen wir hierher. Die Hälfte. Da noch hin. Die Feigen gehören noch hinten hin. Und dann gehen wir... Oh. Ich habe die Axt noch nicht gemacht. Hey, Feige, Feige. Du gehörst hier hin. So. Ja. Gut. Also, die Axt machen. Und ich habe jetzt geplant, wir machen jetzt die Monsterfalle bei der zweiten Markierung. Nein, das ist die erste Markierung. Und, ähm, ja. Ich mache eine... Nein, ich mache noch nicht eine Verzauberte Axt. Ich mache eine Eisen Axt. Erst wenn ich dann den Baum anfange, mache ich so eine Axt. Damit die auch... Ähm... Ja. Ich mache das mal hier an. So. Okay. Damit, ja, die... Weil wir wahrscheinlich recht viel daneben bauen. Oder schlecht... Also, das schlecht aussieht, bauen. Ähm... Immer wieder etwas abreißen müssen. Das sieht ganz. Ist... Ist... Also, ab dann... Dann nicht mehr. Wir gehen in die Monsterfalle hier. Das ist die Zombie-Spawner. Und schauen mal, dass wir alles ausleuchten können irgendwie. Ja, nein, das ist nicht so wichtig. Wir machen direkt die Monsterfalle. Ich zeige euch kurz das und teleportiere mich noch kurz in die andere. Dann muss ich noch holen, was ich ja wollte. Und das ist der Baum-Felden. Und dann gehen wir wieder hier zurück. So. Aber, ähm... Jetzt muss ich kurz schauen, wo wir rein müssen. Hier. Das ist blöd. Ich glaube, hier weiter in diese Richtung. Genau hier müssen wir ein... Dann muss ich hier mal ein Licht machen, hä? So. Jetzt haben wir keine Vorkommnung. Hm. Gut. Plünden wir hier mal das Zeug in der Kiste. Das habe ich extra gelassen. Habe nur die Kiste müssen umplotzieren, weil hier Wasser war. Eine standhafte Drohne, ein Sattel, Tomaten, Endeperl und der Sand, wo ich Abwehr gebaut habe hier. Hier habe ich zugebaut wieder. Und hier habe ich, äh, glaube ich, auch eine Quelle, die hier rund fließt, fließt gemacht, äh, zugemacht. Ähm, und ich habe ganz viele Waypoints jetzt zugemacht. So, hier ist der Zweite. Und schreibt mal, was ich habe. Sogar eine spezielle. Einfach mal hier drin gewesen. Hä? Sowas von geil. Gut, also, das hat sich richtig gelohnt. Ähm, toll, dass es wieder ein bisschen, äh, fairer wurde. Und, ähm, ja, schauen wir noch kurz, ähm, wegen dem Baum. Und gehen dann in die erste Monsterfall. Also, so, ja, ähm, dazu müssen wir hier hin. Ja, toll. Wir müssen da hin. So. Also, zuerst einmal möchte ich den Baum fällen. Der ist jetzt gewachsen. Der war vorher noch nicht gewachsen. Limettenholz. Gut, sehr schön. So. Ich möchte den nicht verletzen. Keine Blätter abbauen. Boah. Aber ist es Sebelinden und dann plötzlich Limetten? Da fragt sich jemand etwas. Ja, der Rest lagere ich ein. Jetzt schauen wir mal das Holz an. Ja, ist jetzt nicht besonders anders. Aber doch etwas Schönes, oder? Hm. Hier bekomme ich immer mehr Eier. von den Hühnern. Von den Hühnern. So. Nette Wartzen, ähm, gehören in die Höllen-True. Aber wo warte ich schon wieder? Äh. Die hier rein, die hier rein, die hier rein. So, meine Stimme geht gerade ein bisschen den Bach runter. Da gehört es rein. Allergien oder so etwas. Keine Ahnung. Oh, Änder-Lilien-Samen. Die müssen wir anpflanzen, hä? Also das ist unsere Mitname-Portal-Gun. Da können wir immer ein Ding aufmachen. Immer links. Hier. Und, ähm, dann gehört der Sattel hier hin. Schon wieder neu. Die Drohnen gehören, ähm, in die Bienen-Kiste. So. Und dann haben wir eben wie er. Wieso? Weil ich, äh, noch ein bisschen die Lüfte da oben hoch und der Kira geht immer raus. Ja. Solange sie nicht schiesse. Lol, meine Schwester, gib mir einfach mal die Kampfkatzen von uns. Die kleinen, süssen, schnuckeligen Bäuschen. Kätzchen, Kätzchen, ähm, die, äh, so wild sind. Ja gut. Also. Sorry, weg mit dem Unterbruch. Äh, ich wollte, äh. Die Hake, wo habe ich die Hake hingetan? Habe ich keine Hake mehr? Das geht noch gar nicht. Hunde, wo habt ihr die Hake hingetan? Hi. So. Okay. Wo tun wir die Ender-Lilien anpflanzen? Hier drüben wir. Ich will sie ein bisschen näher. Ich mach die hier hin. Auch wenn sie vielleicht kaputt gehen von einem Tier oder so. Oh. Stimmt. Wasser. So. Ja, was machen die jetzt? Hallo? Kira. Kira und Samira. So. Ja gut. Dann haben wir das. Hier die. Die Ender hier hin. Und go. Ähm, dazu müssen wir wieder zum ersten. Ja. So. Wie machen wir einen Monsterfall? Hm. So. Also, da fallen die Monster rein. Hier mach ich zu. So. Machen wir hier ein bisschen mehr. Rohstoffe hier. So, Delle. Okay. Und hier machen wir auch zu. Okay. Ich brauche aber so, dass es nicht rein, ähm, dass es dunkel bleibt sozusagen. So, ein bisschen mehr, äh, Platz für die zum Spawnen. Gut. So. Also, machen wir hier mal Schatten. Ähm, von wo ist das Licht jetzt? Keine Ahnung. So. Sollte eigentlich das eigentlich reichen. Vom Rundefall. Oh, wir müssen uns hier ausbauen. Und hier unten. Geht es eigentlich, dass die Monsterfalle hier. Also. Gehen wir hier runter. So. Machen wir hier einen Raum mit Kisten und so weiter. Machen wir hier mal eine Fackel hin. Dann seht ihr auch etwas. Dank YouTube sieht man es ja nicht so gut. So. Okay, ähm, da kommt ja das Ding hin. Da müssen wir Tiefe machen. Ähm, jetzt müssen wir schauen. Wir brauchen eine Workbench. So. Hallo. Lärm machen. Katzen. Ja, dann, äh, machen wir ein paar davon. So. Also, also zuerst einmal muss ja hier abgesperrt werden. Dann machen wir mal kurz so. Machen wir nochmals. So. Und dann sind sie ja hier drinnen. So. So. Sind sie hier eingesperrt. So. Sollte eigentlich gehen. Wollen wir mal ausprobieren? Ob's geht. Wie werden die runter? Sie müssen aber irgendwie runterfallen. Oh, sollen wir Wasser oben hin tun? Und die fallen schon runter. Und dann fallen alle runter. Könnten wir hier noch ein bisschen tiefer machen, dass wir sie auch so reinstehen können. Machen wir hier, ähm, Half Steps hin. So. Ja. Passiert noch nicht viel, hä? Also ich hab wirklich noch fast nie eine Monsterfeier gemacht. Das ist für mich neu. Ich könnte hier überall Fehler produzieren. Dafür möchte ich ja auch, dass ihr ein paar Kommentare schreiben könntet. Mache ich auch immer sehr freiwillig bei anderen YouTubern und so weiter. Ähm. Okay, einen ist hier auf der Feld. Ah, das ist noch. Den Mookie. Gut. Ähm, ich möchte aber hier Ich möchte kurz näher. So. Ich möchte hier Sag schon. Was wollte ich? Ah, Schwerter machen. Benutzen. So. Du wirst hier drauf. Ja, das will ich nicht so gut. Noch kurz warten. Ähm, ich mach hier So. Das Portal. Und hier drüben mach ich, äh, das Lager. Doppeltruhe. Ähm, ja, äh, Workbench. So. Oh. Doch, die gehen nicht durch. Jetzt dachte ich schon, die können hier durch. Hier kommt dann noch ein Dropper hin. Äh, nein. Wie heissen die? Trichter. Hin. Und hier unten eine Kiste. Und vielleicht noch mal als Kisten. Ähm. Ja, mal alles rein, das ich jetzt hier nicht unbedingt brauche. So. Gut. Sind natürlich wieder keine, ähm, Angriffslustig. Also komm nicht zu mir. Dann richte ich mal aus. Jetzt haben wir da plötzlich Monster hier unten. Ja, geht halt einige Zeit. Ich werde sicher mal wieder, ähm, ein bisschen farmen hier. Und ja, dann mal schauen. Kann sein, dass es noch ein paar Mal äh, erweiterbar sein muss. Oh. LOL. Ich hab ne Portals gern. Da kann man irgendwie die Objekte, ähm, ja, mit G. Gut. Wusste ich's. Ähm, mit G kann man die Spawner holen. Aber wir noch ein paar, nein, Spinnen Spawner sind nicht gut. Aber wenn wir noch andere finden, machen wir die auch noch oben drauf. Ja. Und eben oben werde ich wahrscheinlich dann mal ausleuchten. Und ein paar, ähm, Höhlen suchen, wo wir auch Monsters bauen können. Und so weiter. Mhm. Also, dann machen wir mal wieder friedlich. Gehen. Ja. Gehen, ähm, zum Zombie Spawner 2. Hey, geht's noch? Und, äh, nehmen den irgendwie die Mitte. So. Ja, gut. So, äh, ja. Mein Kopf ist abgestürzt. Wo ist jetzt der Monsterspawn hin? Hallo? Gehen wir mal durch. Gut. Boah. Eieieiei. Eieieiei. So, ähm. Meine zwei Katzen haben meine Schuhe gerne. Wieso, wieso, ähm, tun die ihre Pfötchen da rein? Wahrscheinlich, weil es raschelt. weil irgendwie die Sohlen so, ähm, hohlärm machen, weil irgendwie so, keine Ahnung. Ähm, ja. Jetzt müssen wir nach oben kommen. so, äh, so, äh, so, äh, hallo, Monsterfalle. Ja, guten Tag. Wir bräuchten hier noch Wasser. Gehen wir noch Wasser holen, hä? Ich möchte hier aber was richtig machen, hä? Der Sand, der nicht runterfällt. Also alles, was runterfahren kann, fällt nicht mehr runter. So. Ich hätte gerne ein bisschen Wasser in der Nähe. Ja, da drüben. Ich hoffe, die könnten noch gut spawnen, wenn hinten dann überall was ist. Naja. Äh, ist nicht so gut hier. Ist wie hier da oben. Ähm. Wo war das hier? So. Dann machen wir das noch kurz. Boah. Das muss auch weg. Ich mag es nicht, wenn man den Kopf anstößt. Ähm. So. Noch mal Wasser holen. Dann teste ich die mal ein bisschen und werde sie dann im nächsten Part ein bisschen überarbeiten. Wenn ihr mir natürlich helfen könnt, ist das natürlich tausendmal so gut. Und, ähm, 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 was soll ich als nächstes machen? Das ist auch noch eine gute Frage. Also wir haben hier, 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 jetzt müssen wir noch zweimal gehen. Hier nach oben mache ich dann so eine Schräge, damit wir hoch rennen können. Das ist besser als eine, äh, Treppe von, ähm, Carpenter Blocks. Und da töre ich eine Tür hin, damit die, ähm, Sachen von draußen nicht reinkommen. So. Muss ich, muss ich schauen. Hier habe ich noch, da muss ich noch hinten links. Ah, vorne links. Hm. Also auf jeden Fall mit Rättern oder so etwas. Da brauche ich Hilfe, da kann ich ja nicht nachschauen, ich weiß nicht wie. So, jetzt müssen wir das noch hochtraben. Was ist das? Gut, man muss es nicht festhalten. Oh, sorry. Boah, das ist jetzt... Ja. Es geht ja. So. An die Decke, ne. Ich hoffe, das reicht. So. Jetzt mache ich hier noch, ähm. Oh. Nein, ich will nicht in die Monster-Falle reingezogen werden. Nein. So. Ähm, ich möchte gerne... So, wollte ich das machen. Und jetzt übertreiben sie ein bisschen, meine Katzen. Gut. Ah, ich muss unbedingt in einen Dschungel und Katzen auch züchten. So, ähm, gut, dann mache ich hier wieder zu. Das muss dunkel sein. Ähm, das ist egal hier. Ich hoffe, die können hier oben auch noch spawnen. Sonst muss ich das wieder zu machen. Okay, probieren wir's. Und es ist doppelt so gut so. Hm. Ja, jetzt hat's halt hier Wasser, das runterkommt. Ja, gut, das ist blöd. Okay, ich muss es überarbeiten. Ohne Wasser, hä? Ohne Wasser. Okay, wir machen das noch kurz. So, und hier noch. Ja, wie könnte man das machen, dass die Zombies eigentlich hier reinschwimmen? Oder irgendwas anderes? Keine Ahnung. Ja, toll, ich hab nichts zum... ...hintun. Und jetzt. Kommt, meine Schätzchen, zeig's den Leuten, dass wir hier einfach alles besser haben. Hier unten ist das Paradies. Und für meine Katzen ist mein Zimmer in Paradies. Wir sind Emmets zusammen. Wir sind Emmets zusammen und scheiße machen. Hallo. Gibt's keine Zombie-Pfeife? Hm. Ja gut. Hm. Die werden nicht angelockt durch Zombie-Köpfe. Die hauen ab, glaube ich, die hauen ab, glaube ich, und gar nichts zurück. Also... Ah, jetzt. Die haben immer so dunkle, ähm... Wisst ihr, wenn, wenn die Monster in den Blöcken feststecken und so, haben sie immer dunkle Haut, haben immer so Schatten-Bugs. Gut, da ist es gewollt. Ja, okay, ist ja auch im Future. Ein Bug ist im Future. Fe... Feature. Nicht Future, Feature. Wie viele Zombie-Köpfe möchtet ihr noch? Ja gut, das ist langweilig noch, äh, vielleicht nicht so ertragreich, je nachdem. Aber so, komm, nehmen direkt noch ein Ding, komm, das ist viel besser bei den Zombies als bei den Skeletten und Weep und so. Ich habe recht lang hier gesucht in der Eiswelt, bis ich nochmal einen Zombie-Spawner gefunden habe. Der, ähm, Stollen, der zweite, der erstgefundene, den habe ich relativ schnell gefunden. Ich habe, äh, zuerst mal ein bisschen mit Komatit, also dort, wo das Komatit ist, äh, gefarmt, dann habe ich gemerkt, Komatit ist wie zu zäh, nein. Ich gehe lieber ein bisschen weiter weg, bin ich zum Stollen gegangen und habe einen Nebenstollen dann gefunden und dann direkt gefunden. Aber der Stollen war noch gigantisch gross, da habe ich lange gebraucht, bis ich wieder zurück gewesen bin. Und dann, ähm, ja, what? Ah, Kartoffeln, ich dachte, Komatit, sah es aus. Gut, die sind also auch Runde gekommen, die zwei, Komatit. Ich habe nicht Titten gesagt, ich habe Titten gesagt. So, dann machen wir das mal noch kurz. Und zwar, ja, und eine Truhe. Und, ähm, nicht so. Äh, so, so. Hm. Habe ich schon mal einen Trichter gemacht? Schon, aber das ist gigantisch. Lange her. LOL. Okay. Hätte ich drauf kommen können. Dann wollte ich auch 16 und nicht 12 mal, also nicht 8 mal. So. Liebe Zombies, ihr habt ein neues Spielzeug hier unten. Ist das richtig? Ja, ja. So. Kommt jetzt runter, hier ist der Spielplatz. Mann, du kannst nicht schlafen. Haha, wie er schallt. Oh, wie er schallt. Vielleicht haben sie es zu hell. Irgendwie müssen sie durch die runterkommen. Was sind denn die alle? In den Bogen schiessen. Irgendwas muss ich noch machen. Die Spinnen, äh, die Bogen nachher müssen. Samir. Größte Ablenkung, Katzen. Kann man sehr gut let's playen. Meine Schwester ist auch immer nett. Sie bringt mir Katzen, damit ich nicht let's playen kann. Na gut. Ja, die muss immer wieder auslüften und alles mögliche. Bisschen putzen da oben. Weil zu viel Katzen machen zu viel Scheiße. Und die Kira ist die ganze Zeit am feinsten Simms. Nehmen wir mal raus schauen. Oh. Ich seh der, aber gut. Sieben Flash. Sie wollen mir einfach nicht zeigen, wie sie mit den Schuhen spielen können. Also, Schwert kaputt. Wir haben noch zwei Auflagen. Ja, okay. Ich werde jetzt mal ein bisschen Pause machen. Schauen, ob es Kommentare gibt. Und ihr bekommt noch genügend Parts. Vielleicht schon zwei pro Tag wieder mal. Ja, danke auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.